Hallo und Willkommen, ich bin MK3 und wie ihr seht, ist es natürlich mal Zeit für Warframe, wobei, das wollte ich eigentlich nicht mehr sagen, oder? Ich glaube, ich muss mir was Neues überlegen. Ich glaube, ich muss wirklich mal was Neues überlegen in dem Zusammenhang. Egal, sei es aber, wie ich es will, das wird wahrscheinlich das kürzeste Video meines Lebens, denn ich werde den Konsolenspielern nur kurz sagen wollen, dass The Plains of Eidolon endlich für euch rauskommen wird, nicht heute, aber am 14. November, also sehr bald, kommen dann tatsächlich The Plains of Eidolon zu euch auch auf die Konsole, das heißt mal an Xbox als natürlich Playstation 4, und dann wünsche ich jetzt schon jedem dort sehr viel Spaß, das eine oder andere Video womöglich von mir dann durchaus interessant sein, weil dann erlebt ihr genau die gleichen Sachen womöglich wie wir, nur womöglich ohne ganzen Fehler. Und, ja, nee, dann, wie gesagt, da wünsche ich den Leuten schon mal sehr viel Erfolg und Spaß, wie gesagt, im Spiel. Und ich hoffe inständig, dass ihr dann auch, ich sag mal, bei uns kommt ja bald das Plague Star Event, wo es dann heißt, oh, der große Meteor kommt ja mit den ganzen Infizierten. Und dann hoffe ich, dass bei euch die Sache noch ein bisschen länger nach hinten sich verschiebt, weil, äh, das ist ja nicht lang hin, ich hab noch nie gesehen, noch nie, also zumindest nicht, worum ich mich dran erinnern gerade könnte, ich hab noch nie gesehen, dass die Entwickler so schnell neuen Content rausgehauen haben, nur ihn sofort kaputt zu machen. Also jetzt nicht kaputt mal im Sinne von, dass das was nicht mehr geht, wobei, das könnte man auch sagen, nein, aber ich mein jetzt eher so im Sinne von kaputt machen, im Sinne von, äh, naja, so führen halt was ein, was die Sache zerstört, mehr oder weniger, also zumindest beeinträchtig in irgendeiner Form. Das wird auf jeden Fall mal neu. Das ist ja, und mehr wollte ich überhaupt nicht gesagt haben. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht gesagt haben, das ist eigentlich das Hauptaugenmerk des Videos. Und, äh, jetzt vielleicht eine ganz kurze Kleinigkeit gerade, weil ich bin im Zuge dessen, dass ich ja gerade Sachen am Level bin, wie ein Bescheuerter, und zwar hatte ich vor, bald wieder ein Armory-Video zu machen, für den, der jetzt vielleicht neu auf meinem Channel ist. Ein Armory-Video ist einfach sowas, wo ich sag dann, ähm, wo ich Builds vorstelle meistens von einer einzigen Waffe und vielleicht noch den einen oder anderen Warframe oder zumindest, ich sag jetzt mal, Gimmick, wo diese Waffe womöglich noch krasser mit abgehen kann. Und, ähm, ja, bald wird's wahrscheinlich wieder, soweit ich ein Armory-Video, wie gesagt, halt mache. Und, ähm, da es so viele Waffen im Spiel gibt und ich eigentlich nur eine Waffe habe, die ich unbedingt zeigen sollte, weil mich deswegen einer angehauen hat, und zwar, das war die Hack, glaube ich, gewesen, oder auch die, äh, Vaco-Hack. Da müsste ich eigentlich wirklich mal dafür was machen. Aber hey, aber hey, ich bin ja ein Freund von, äh, der Demokratie, auch wenn ich ein fieser Diktator innerhalb meines Clans hier bin, der nie was will. Ähm, dennoch bin ich ein großer Fan von der Idee, äh, dass solche Fragen, gerade was als nächstes drankommen soll, gerade bei den Warframe-Waffen, wovon es ja durchaus ein paar mehr gibt, äh, welche denn das sein soll? Wie gesagt, die Hack, oder Vaco-Hack, das wäre jetzt von meiner persönlichen Warte aus eine Sache, die ich gerne mal ansprechen wollen würde. Aber, aber, natürlich, habe ich natürlich, höre ich auch gerne darauf, was meine Zuseher davon halten. Und, ähm, ja, haut einfach mal drunter, was ihr meint, und, äh, und wovon danach am meisten Beiträge und im Video nachzufinden sind, unter diesem hier natürlich, logischerweise, nicht unter anderem, unter diesem hier, dann, ähm, ja, nee, dann werde ich davon dann ein Video machen. Und da mal alles rauspacken, was ich so finden kann, wie man eine Waffe, oder wie diese Waffe vor allem, am sinnigsten modden kann. Und vielleicht, wie gesagt, ja, welcher Warframe da am besten auch zu passt. Weil manchmal gibt es da so eine schöne Kombination. Oder eben, fast schon Notwendigkeit, können wir beinahe sagen. So, das war es jetzt aber wirklich. Danke für die Beine, das war es für den Mk3. Und, äh, ja, das war so ein ganz kurzer, so ein ganz kurzer, hey, übrigens, sozusagen, ein Newsflash, möchte ich beinahe sagen von mir, äh, was jetzt gerade so anliegt. Okay, bis die Tage also, und die Ciao.